Fabi, herzlich willkommen zurück in Braunschweig. Schön, dass du wieder hier bist. Wie fühlt sich an, zurück in der Löwenstadt zu sein? Ja, willkommen zurück. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder hier sein darf und kann. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als es jetzt konkretisiert wurde und habe auch nicht lange überlegen müssen, wieder zurückzukommen. Du warst jetzt ein Jahr in Karlsruhe. Das Jahr lief für dich nicht so optimal. Was hast du für dich trotz allem mitnehmen können und wie hat dich das Jahr vielleicht auch weitergebracht? Ja, es war für mich ein sehr schwieriges Jahr. Mal gar nicht vom Sportlichen, sondern ich habe eine sehr langwierige, verschleppte Blinddarmentzündung eigentlich viel zu lange mit mir mitgetragen. Fast bis in November, Dezember dann, bis die OP war und danach das Wort mit C, das ich eigentlich nicht mehr gerne in den Mund nehmen, auch noch bekommen im Februar mit Corona infiziert. Und dann war das ja eigentlich schon wieder fast vorbei, bevor es angefangen hat. Für mich mitgenommen habe ich trotzdem, dass ich auch so ein tiefes Tal, das ich in meiner Laufbahn bisher fast noch gar nie hatte, auch mal gut durchlebt habe und da jetzt gestärkt rausgehe, wieder topfit bin. Und freue mich jetzt wirklich, hier bei den Jungs wieder zu sein und wieder Gas geben zu können. Wieder hier zu sein ist das Stichwort. Ich weiß, dass dir damals der Abschied 2021, also vor einem Jahr, nicht leicht gefallen ist. Gerade auch mit den Umständen gerade abgestiegen und ich glaube schon, dass du dir die Entscheidung, oder ich weiß, dass du sie dir damals nicht leicht gemacht hast. Du hast die Eintracht immer weiter verfolgt. Wir haben uns zum Beispiel auch in Mannheim oder in Freiburg, haben wir uns gesehen, du warst da. Wann reifte in dir der Gedanke, zurück an die Hamburger Straße zu kommen? Ja, in der Tat, du hast es gerade schon gesagt, es war für mich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil ich mich damals auch sehr bewusst dann für die Eintracht entschieden hatte. Nach meinem Jahr in Würzburg und ich eigentlich hier länger bleiben wollte durch den Abstieg, war alles nicht mehr ganz so einfach und habe mich dann entschlossen, ein bisschen Richtung Heimat zu gehen. Und der zweiten Liga erhalten zu bleiben. Ja, wann reift in mir der Gedanke? Der Gedanke ist eigentlich darin gereift, dass ich mal mit Micha telefoniert hatte, er mal gefragt hat, wie es denn bei mir so aussieht und für mich war dann relativ schnell klar, wenn es die Möglichkeit gibt, zurück nach Braunschweig zu gehen, dann würde ich das sehr gerne machen. Ich hatte natürlich Vertrag, deswegen war das nicht ganz so einfach, das dann hinzubekommen, sage ich mal. Aber für mich war klar, entweder ich bleibe in Karlsruhe und wenn ich den Verein verlassen sollte, dann nur nach Braunschweig. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat. Du hast gerade schon auf das Jahr in Braunschweig geblickt, was extrem von Corona geprägt wird. Wir haben gerade auf dem Weg hierher gesprochen. Die maximalen Zuschauer, die du hier erlebt hast, waren 4000. Du hast die Stadt nicht groß kennenlernen können. Und zwar, wir hatten diesen endlos Lockdown in der Zeit. Ist das für dich auf der einen Seite nach Hause gekommen, auf der anderen Seite aber doch irgendwie Braunschweig und die Eintracht nochmal neu erleben? Und worauf freust du dich vielleicht auch am meisten? Ja, das ist wahrscheinlich perfekt zusammengefasst. Ich freue mich, dass ich in ein Umfeld komme, wo ich sehr viele Leute schon kenne, die mir auch wirklich, auch wenn das Jahr sehr kurz war oder auch dann sehr besonders war, vielleicht mehr ins Herzen gewachsen sind als sonst. Es war wenig möglich in der Stadt. Die Fans habe ich so gut wie gar nicht erlebt, außer bis in den Social Media. Und vielleicht war das dann auch der Grund, warum ich immer eigentlich der Eintracht dann auch verbunden geblieben bin. Ich war bei den Spielen, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich freue mich jetzt natürlich auch auf etwas Neues. Diese Saison ist lang vergangen und ja, ich glaube, hier ist richtig was entstanden. Ich habe zu sehr vielen Mitspielern auch noch täglich fast eigentlich Kontakt und die haben mir wirklich berichtet, was hier passiert ist seit diesem Jahr. Und ich freue mich jetzt wirklich, da ein Teil davon zu sein. Und ich kann euch versprechen, ich werde auf jeden Fall Minimum genauso viel reinhauen wie damals, dass wir dieses Mal dieses Ziel erreichen. Du hast die Teamkollegen schon angesprochen. Das wäre exakt meine nächste Frage gewesen. Gab es noch Kontakt, ein paar Jungs kennst du ja auf jeden Fall auch noch, vielleicht auch aus anderen Wegen. Und was macht die Freundschaft zu Yari Otto? Leon Bürger ist ja inzwischen weg. Ja, ich muss mal schauen, ob der Yari jetzt nochmal einen Platz frei hat an seiner Seite, der durch Leon immer sehr lange besetzt war. Ja, nee, Spaß beiseite. Also ich habe wirklich Jannis Nikolaou mit Schulz, Jasmin Feisic. Also ich habe wirklich sehr viel Kontakt zu den Jungs auch gehabt über das Jahr jetzt hinweg. Ich war im Stadion auch mit Holm oder auch mit dem Staff drumherum mit Bussi, habe ich immer mal wieder Kontakt mit Flo Horn natürlich auch. Und ja, ich habe den Kontakt nie so richtig abreißen lassen und das vereinfacht mir das jetzt einfach des Ankommens sicherlich. Ich freue mich aber auch ganz bewusst auf die neuen Jungs und vor allem freue ich mich auf die Fans. Ich habe auch den Blockwechsel mitbekommen. Ich bin ganz gespannt und freue mich wirklich, die Fans kennenzulernen und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist sicherlich Trainer Michael Schiele. Was für ein Verhältnis hast du zu ihm? Ihr kennt euch aus Würzburg, seid damals zusammen in die zweite Liga aufgestiegen. Wie würdest du das beschreiben? Ja, also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es ein besonderes Verhältnis ist, wer sich mit mir ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe damals eigentlich schon fast die Schuhe an den Nagel gehängt, wollte was anderes machen und er hat mich davon überzeugt, nochmal nach Würzburg zu kommen. Was ich dann sehr gerne gemacht habe und dass es dann so eine Erfolgsstory geworden ist, freut mich natürlich unheimlich. Auch mit Micha habe ich natürlich sehr, sehr guten Kontakt und sehr engen Austausch auch gehabt und er war auch mit ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Zusätzlich zu dem, was ich vorher schon beschrieben habe, dass ich mich ja eigentlich von Anfang an auch damals wohlgefühlt habe. Und das passt jetzt wirklich perfekt. Wie gesagt, ich freue mich wirklich drauf, da jetzt Gas zu geben. Wir sind Aufsteiger und da zu versuchen, einfach zu bestehen in dieser Liga und dann nochmal zu zeigen, dass wir es können. Wir stehen in der Liga in vier Wochen. Knapp vier Wochen geht es los. Hier an der Stelle gegen den HSV, hoffentlich in einem ausverkauften Eintrachtstadion. Ist das ein richtiges Topspiel zum Auftakt? Wie groß ist die Vorfreude? Spürst du das Kribbeln schon? Oder ist das noch so weit weg, weil du ja gerade auch erst in Braunschweig angekommen bist? Ja, also der Saisonstart weiß man schon länger, dass es am 15. glaube ich losgeht an dem Wochenende und ich freue mich riesig, wenn die Saison losgeht. Ich freue mich auch dann hier hoffentlich jetzt vor ausverkauften Haus zu sein. Das ist einfach was Besonderes. Wie gesagt, ich habe es leider, obwohl ich ja schon gespielt habe, nur als gegnerischer Spieler so ganz kennengelernt. Deswegen freue ich mich umso mehr und mit dem HSV so ein Top-Team der Liga dann gleich hier zu haben. Es wird gleich ein richtiges Brett. Aber wie gesagt, wir werden alles daran setzen, dass wir da gut rein starten und freue mich mega drauf. Vor dem Start steht das Trainingslager an. Am Sonntag geht es los. Macht es das für dich ein bisschen einfacher? Du warst jetzt nicht seit Beginn der Vorbereitung dabei, auch die Jungs irgendwie in der Woche nochmal anders kennenzulernen, anders reinzuschnuppern? Ja klar. Also ich bin auch froh, dass es jetzt relativ zügig dann doch geklappt hat mit dem Wechsel, weil gerade dieses Einspielen und so trotzdem immer wieder wichtig ist. Und ich bin sehr froh, dass es vor dem Trainingslager jetzt noch geklappt hat. Da wird immer sehr intensiv gearbeitet. Und darauf freue ich mich jetzt dann auch mit den Jungs, die Jungs vorher kennenzulernen, mich an die Spielweise auch nochmal ein bisschen anzupassen, meine eigenen Sachen auch mit reinzubringen. Und deswegen freue ich mich, dass ich da dabei sein darf. Und ich glaube, da wird gut und hart gearbeitet. Dann machen wir das und zählen den Countdown bis zum 16. oder 17. Juli, wenn der HSV dann hier zu Gast ist. Vielen Dank, Fabio. Vielen Dank.